Willkommen zurück beim Briefträger Simulator, äh, Dagger for Unity meinte ich eigentlich. Wir müssen immer noch unseren Brief in einem Dungeon abgeben, der irgendwie endlos scheint. Ich meine, ich sehe ja, dass die Tür verstärkt ist, aber... Ah, jetzt geht's endlich auf. Und das hat sich ja richtig gelohnt. Oh, okay. Okay. Gut, muss man nicht hochkrabbeln, die man. Geh, stirb, stirb. Hier war beim Tutorial-Dungeon der Ausgabe. Ist hier jetzt natürlich nicht. Jetzt könnte man hier mal ein bisschen Loot abgeben. Oh, schön, äh... Speichern. Ne, nicht Info. Dialog-Mod. Und jetzt geht's, äh... Und jetzt geht's... Oh, wie ist das? Oh, wie ist es? Oh, wie ist das? Also, schon wieder nichts. Ah, kommt dann. da sind wir wo auch nix ist sowohl ich ja schon immer mal haben so eine tür mit nix enemies die gespawnte rein wo mir ihn bringen wollte diese auch ich weiß jetzt auch dass hier oben nix ist dann bleibt ja nur noch die tür hier auch auch Was ist das? noch mit ginge noch eine höhle ist das nicht genau wie das tutorial startet es ist schließlich der dungeon einfach noch mal dran geklatscht an den anderen riesigen dungeon eindeutig cool schwebende kerzenstände haben die hier so 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 Was ist das? Die sind hier so lange rumgered, die haben ihren Kopf verloren. Wobei wir da auch nicht weit weg sind, den Kopf zu verlieren hier. Kann doch nicht sein, dass es schon der zweite Dungeon ist, wo einen die Quest hin schickt und man einfach den Scheiß nicht findet, den man für die blöde Quest machen muss. Zumindest levelt man hier ganz gut. Das bringt mich zwar nicht weiter. So, in dem Dungeon. Da wäre noch ein Weg gewesen, ganz am Anfang. Wenn das der Weg ist. Oh wei. So, wir können hier, da ist entweder eine Wand oder ja, da ist eine Wand. Ich wollte gar nicht hinocken. Hier kann man hochklettern und dann kommt man hier wieder hin. Da werden wir wieder in der komischen Höhle. Darunter gehts einfach nur in die Höhle da rein. Und da ist entweder eine Wand oder es geht da weiter. Da gehts weiter. Oh. Das war hier. Ne, ich scheiß drauf. Lass die zweite Seite. Oh. 2-5. Ah. Ah. 2-5. 1-5. 2-5. 2-5. Bitcoin. 2-5. 2-5. natürlich geht der atem nach zeit da in doch da komme ich ja gerade her das bringt mir überhaupt nix hier geht es so komisch hoch ich bin geht in das ist da neu oder so eine wand aus keiner wand also es war wohl noch nicht erkundet also da einfach mal den schaden ganz wenig wo war jetzt hier neu hier kann man noch irgendwo runter hier anscheinend ja genau dahin hier war ich schon da geht es wieder hoch ja da gehen wir einfach wieder hoch so da gehen wir einfach wieder hoch hier 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 gar nicht weiter erkundet oder ach man wie komme ich denn da jetzt wieder hin da rechts rein oder was tatsächlich hier 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 geht auf was er so 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 Aber wie klang noch so. Okay. Äh. Genau. Und dann war das. Hier unten. Hier geht's gar nicht weiter. Und hier waren wir noch nicht weiter. Hier unten. Und dann. Hier unten. Hier unten. Hier unten. Hier unten. Ja. Okay, hier unten. Und jetzt. Da hin. Ich komme hier jetzt zurück. Hier irgendwie. Nee, das ist einzeln. Ich bin... Bin ich denn überhaupt? Hier bin ich. Von dem Scheißdingen hier irgendwie. Ich muss nicht da oben reinlaufen. Ich bin... Ich bin... Genau. Genau, hier. Genau. Wunderbar. Einmal... Spreien. Ach ja. Da war ja was. Was ist denn da? Oh. Oh. Tatsächlich tot. Oh. Anime sind hier bei. Wo? Ne. Toll. Einfach noch ein bisschen geil. Hier rein! Wie zu verf... Du fickt, wie kommt man hier rein? Was wiegt denn der Scheiß? 0,5 Kilo. Hier, dann da, zack, und gut. Außer den Schlangen war hier eigentlich gar nichts, super. Oh. 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 Okay. I feel somewhat bad. Äh. Genau dafür. Haben. Was ist da los? Poisoned. Dafür haben wir doch den Scheiß hier. Zack. Und schon sind wir nicht mehr poison. Genau. Jo, healthy. Wunderbar. Jo? 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 Ja. was ist denn das für ein schalter ja geht's noch ja sehr gut die stärke jetzt auf 75 hochdrehen super nice plus 5 modifier für damage und kind 112 tragen ja was auch immer der schalter gemacht hat ich könnte mich nicht parallelisieren dumm gelaufen was ist das denn ach nee war mir hier nicht schon wir haben überhaupt noch übrig auf der anderen christian 28 tage meine fresse das heißt wir haben auch für die quest hier gar nicht mal mehr so lange als ich bei meiner charakter gemacht habe war das irgendwie 23 türen und dann scheiß brief in der hand drücken und fertig erledigt und jetzt immer wieder hier ja die druck druck d d Exit is to far away to access your wagon. ja das ist ja auch gar nicht wo sie jetzt überhaupt hier runter will ich überhaupt hier runter wo bin ich überhaupt verdammt da wenn ich hier runter gehe nach links dann waren wir da noch nicht ok dann gehen wir hier nach links ja gut wieder einfach nur ein leerer raum ich sehe mich nicht und die sie mit tatsächlich nicht das doch super bin ich da hier waren wir schon ja posten respekt das liegt doch nicht so für es ist schocktrank und 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 das sieht ganz genau wie der weg aus den ich bei meinem anderen charakter hatte nice schön ja gut hier ist er hier kann man dann jetzt das abgeben oder nicht ja ja gut hallo ja egal habe ich jetzt die gericht oder und hier kann ich nicht noch mal reden oder ja gut okay genau das ist das meine ich zwei drei türen und dann war es das eigentlich mit wir müssen hier einfach mal keine ahnung was für einen krassen großen dann schon dahinter finden anstatt nach links zu gehen die cluster zu schließen so da schafft man das hoffentlich noch den anderen typen da sein scheiß zu machen würde ich hier lang gehen ich glaube eigentlich ehrlich einfach hier schad rechts links laufen naja und hier sind wir auch schon beim ausgang ich will einfach nur hier raus stumble over fallen headstone das passiert mein charakter ist halt ein bisschen clumsy das genau so mit dem schiff 35 tage auf geht's so war weg der alten ihre antwort geben und dann das andere machen immerhin irgendwie zwei level gemacht oder so ein shitload an erfahrungen und uns gilt bitte schlimmer kommt auf jeden fall sehr nervig so lange rum zu irren und nichts zu finden hat man mit sicherheit mitbekommen an der stimme dach ist ein scheißbrief genau es ist dann i'll be queen of first hold ok sie information about the emperor's letter ja genau und und die 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 Das klingt gut. Bought it from the Thieves Guild. Ehm, ja. You should get in good with Mini Zera, the former Queen of Daggerfall, and Queen Mother too. Go for it. Ah. Start with someone of Lower Station. Ehm. Bracelet. Das ist jetzt meine Belohnung. Fucking Bracelet. Ach. Fick dich doch, bitch. Egal. Gut. Auf jeden Fall von ihr Info. Why that? Did... Bring what to your attention? Fuck. Was hab ich jetzt hier mal? Oh man. Was... Bringst du dann... Nö, du klingst immer noch ziemlich äh... Warte, 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 Bracer, Bracer. Ja. Nimm dein... Failed, Mieber. Fuck. Fick! Also das hier haben wir jetzt noch 23 Tage. Da werden wir das ja wo ihr jetzt noch schaffen. Hängt das Bracer jetzt im Moment fest? Ja. Natürlich hängt es jetzt im Moment fest. hier brauchen wir mal eine dingsgülle und dann können wir noch die 17.512 übertragen ok jetzt kommt hier eins nach dem anderen princ of rarest princ castle sentinel genau richtig wenn wir hier mehr oder weniger fertig sind so wir müssen erstmal die folge wenden und gucken uns die quest dann in der nächsten folge an dann macht es erstmal gut so so